Daniela Katzenberger ist immer für ein Späßchen zu haben, auch wenn der Witz auf ihre eigene Kappe geht. Für einen guten Zweck mistet der Reality-Star jetzt seinen persönlichen Kleiderschrank aus und dabei findet sich das ein oder andere Schmuckstück. Auf Instagram teilt die Kultblondine nun einen Schnappschuss von sich mit einem eher ungewöhnlichen, äh, Sitzkissen. Um die Hüften, genauer gesagt am Po, trägt sie ihren alten Still-BH und der schließt die Pobacken komplett ein. Kein Wunder, denn das gute Stück hat auch die Größe 85H und wurde von ihr während der Stillzeit getragen. Ihre mit einem D-Cup bestückte Oberweite ist so schon recht groß, doch vor rund drei Jahren waren die Brüste eben noch einige Nummern größer. Lukas gefällt's. Ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Ja, das ist typisch Mann und mit dem BH rumspielen ist typisch Daniela, wie die Aufnahmen zeigen. Dem BH auf dem Kopf, im Gesicht, am Po und was sagt die 30-Jährige? Der ist doch deine Mutter. Klingt fast, als möchte sie sich nicht so ganz eingestehen, dass ihre Brüste mal diese Ausmaße angenommen haben.